jo servus und herzlich willkommen zu einem weitere part von meinem mass effect komplett lösung mass effect legendary edition mass effect 1. heute sind wir dann bei unserer ersten citadel mission nämlich sarens schuld beweisen und dann tun ich euch mal kurz wie beim letzten mal halt durch diese mission führen wie immer wäre ich versuche das ganze kurz und knapp zu hallo dementsprechend halt mit euch den spielspaß an sich zu verderben oder so sondern euch einfach nur eine hilfestellung geben damit ihr auf jeden fall wenn ihr nicht mehr weiter wisst weiter kommt solltet ihr kommentare feedback verbesserungsvorschläge etc haben schreibt es in die kommentare wollt ihr mich live erleben könnt ihr gerne auf twitch vorbeikommen link ist in der beschreibung genauso wie der discord link wo ihr mit mir dann reden könnt und oder halt die ganzen social media links alle in der beschreibung sobald wir an der citadel angedockt haben erhalten wir nach einer kurzen besprechung mit dem rat und botschafter und diener wieder die kontrolle über unseren charakter über unseren shepherd hierbei darf man zum ersten mal die mitglieder und im folgenden auch die ausrüstung unseres quads definieren kleiner tipp macht euch darum im moment noch keine gedanken im verlauf der nächsten spielzeit wird sich euer squad häufig ändern da ihr neue mitglieder dazu erhalten werdet aus dem fahrstuhl zum zitadell turm kommend trefft ihr zum ersten mal auf garis vakarian den leiter der zitadell sicherheit beziehungsweise c sicherheit er streitet sich mit exekutor perlen nach diesem streit könnt ihr ihn ansprechen und dann setzt ihr euren weg zu captain anderson fort leider verläuft die anhörung nicht zu euren gunsten denn wer hätte es gedacht dem rat fehlen die beweise für unsere anschuldigung gegen saren somit wird die petition von botschafter und diener schlichtweg abgelehnt die nächste aufgabe wird damit sein gareth wiederzufinden an den kommt ihr heran indem ihr über haken in koras nest kommt also ihr müsst mit haken dort reden fragt ihr captain anderson nach anderen hinweisen schlägt er außerdem vor mit bala won zu sprechen beide spuren führen zu fist und den benötigten beweisen jeder weg bringt euch ein anderes gruppenmitglied ein entweder garis oder weg rex egal welchen weg man nimmt ihr trefft irgendwann auf beide der ort und die reihenfolge variieren jedoch ein bisschen auf dem weg zurück zum rapid transit terminal steht neben einem der keeper schorban der salarianer mit dem mit dem solltet ihr ebenfalls kurz reden schorban gibt euch die keeper scannen quest diese quest gibt euch ein paar xp und credits mehr die keeper könnt ihr auf der ganzen citadel finden die sind dort komplett überall verteilt das ist halt leicht verdientes geld ja und sobald wir sagen schuld bewiesen haben sind wir damit am ende unseres heutigen videos angelangt wir haben kapitel 1 darin schuld damit abgeschlossen und machen das nächste mal mit kapitel zwei weiter kapitel 2 die arate sony finden ich hoffe das video hat dem ein oder anderen geholfen sich etwas mehr mit dem game zurecht zu finden vielleicht auch wenn er nicht wenn er oder sie nicht weiter gekommen ist halt ein bisschen weiter zu kommen und dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten video ich bin super slate euer freundlicher salin schall jetzt player von dem an Tudududu.